Musik Hallihallo ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Neuzugänge Teil vom NERZ. Es sind jetzt da doch noch ein paar Büchern eingezogen. Und nicht nur zwei von der Leipziger Buchmesse, auf der ich war, sondern auch eine Freundin hat mir ein Bücherpaket geschickt von Büchern, die sie loswerden wollte. Und da habe ich natürlich auch einiges gefunden. Dann habe ich mir noch zwei Sips bestellt und die liebe Sally von Sally Skellington hat mir auch noch eins geschickt. Ja, und die werde ich euch jetzt mal zeigen. Ja, wie gesagt, eine Freundin von mir hat mir ein Bücherpaket geschickt, wo jede Menge Konfetti drin war und Schnipsel und das war ganz witzig. Ja, mir und Konfetti sind es zu ne Sache. Ja, ist egal, ist was Privates. Ja, auf jeden Fall waren da fünf Bücher dabei und ich habe da auch eins mitgenommen, weil ich mal in diese Schiene mal ein bisschen reingucken wollte. Und zwar handelt es sich hier um historische Romane und ich habe schon eins da, das Labor des Alchemisten, und habe aber auch schon ein paar gelesen gehabt, wie die Hexe von Freiburg und was war das anderes? Es ging um irgendein Tagebuch um eine Hexe und sowas. Das hat mir eigentlich schon zugesagt und irgendwie habe ich gerade wieder irgendwie Lust auf diese Genre. Ich wurde ein bisschen abend geschleppt. Ja, auf jeden Fall wollte sie hergeben von Innie Lawrence, Feuertochter und das habe ich natürlich mir gleich mitgenommen. Ich lese euch auch hier überall den Klappentext vor und versuche allerdings, das alles nicht so lang zu machen. Irland, Ende des 16. Jahrhunderts. Chiara, die Schwester eines rebellischen Clan-Oberhaupts, kehrt nach Jahren der Verbannung mit ihrer Familie in ihrer Heimat in Ulster zurück. Doch bedeutet dies beileibe nicht Ruhe und Frieden, denn ihr Bruder und seine Männer wollen erneut für die Freiheit Irlands in den Kampf ziehen. Ohne Unterstützung scheint dies ein aussichtsloses Unternehmen zu sein. Und so rufen sie dafür den deutschen Söldnerführer Simon von Kirchberg zu Hilfe. Dieser war die erste große Liebe in Chiaras jungem Leben. Aber ist er noch der Mann, dem sie einst ihr Herz geschenkt hat? Oh ja, mal gucken. Mal gucken, ob es mir gefällt. Das Ganze hat ja jede Menge Seiten. Puh. Äh. Oh Gott. Puh. 761. 763, wenn man da hinten noch in das Register reinguckt. Das ist einiges. Es ist auf jeden Fall Irland-Roman und ich liebe ja Irland. Ich finde Irland so ein tolles Land und das ist eigentlich so mein Land, dass ich gerne mal reisen möchte. Vielleicht wird es ja auch bald in Füllung gehen. Mal gucken. Auf jeden Fall, das ist eingezogen. Ich klicke das mal hier rüber. Dann kam in diesem Päckchen noch mit ein Doppelband. Und zwar von Wolfgang Hohlwein, die Töchter des Drachen und der Thron der Libelle, aus dem Bassteil Lübbe Verlag. Also das andere war aus dem Knau im Übrigen. Genau, es sind zwei Bände in einem. Also es sind zwei Teile, glaube ich sogar. Und ich denke mit Sicherheit, das sind zwei Teile. Wieso sollte man sonst was machen? Aber egal. Auch hier lese ich euch den Klappentext vor, allerdings nur von dem ersten Band. Die Töchter des Drachens. Als Taliana noch ein Kind war, töteten Drachen ihre Eltern und legten ihr Dorf in Schutt und Asche. 20 Jahre später zieht sie aus, um Rache zu nehmen. Ihr Weg führt sie durch eine zerstörte Welt, wo jeder Schritt tödlich gefahren wird. Doch Taliana schreckt von nichts und niemandem zurück, bis sie den Geheimnis umwitterten Töchtern des Drachens gegenübersteht und erkennen muss, dass nichts ist, wie es scheint. Ja, ich bin gespannt. Ich mag ja Hohlbein, allerdings so in dieser High-Fantasy-Sachen oder in Behalte in Krass-Fantasy-Sachen, von ihm was Drachen oder sonst irgendwas betrifft, war ich noch nicht unterwegs. Ich habe von ihm Anubis gelesen oder Horrors, fand ich auch richtig klasse. Und den ersten Teil von Die Grundigen und Sterblichen, glaube ich, hieß es, habe ich auch mal angefangen, aber irgendwie das war nicht so ganz meins. Und Katzenwinter habe ich von ihm noch gelesen. Klasse Bücher. Und deswegen bin ich auch sehr gespannt, was er hier drin verbirgt. Und beide Teile insgesamt haben 1294 Seiten, wenn man beide hintereinander sucht. Wir werden sehen, was es so damit auf sich hat. Dann war in diesem Päckchen noch drin. Ich muss mal hier ein bisschen rumräumen. Von Philippa Ballen, Ballentine, die Runen der Macht aus dem Glücks, Egmont Verlag, der verfluchte Prinz. Das ist der erste Teil einer Reihe, wie es halt in der Fantasy immer so ist. Es sind immer Reihen, meistens. Ganz wenige Einzelbände. Aber auch hier lese ich euch einfach mal den Kackentext vor. Nur die Magie der Runen hält die Welt der Toten fern. Die Magierin Sorcha Farris erhält von ihrem Orden den Auftrag, an den äußersten Rand des Kaiserreiches zu reisen. Dort wurde ein Dorf von mächtigen Geistwesen überrannt. Am Ziel ihrer Reise trifft sie einen Mann, der schon fast eine Legende ist, und im gesamten Reich gesucht wird. Reed Rossen ist der Sohn des gestürzten Kaisers und durch einen grausamen Fluch an die Welt der Geister gebunden. Sorcha begreift, dass er ihr einzige Chance ist, die Invasion aus der Anderwelt zu bekämpfen. Also ich wollte ihm lesen, aber es ist schon spät. Da darf man das. Ich bin gespannt. Es hört sich richtig cool an. Und Anderwelt und Geister und Geisterwesen und sowas, da hat man mich schon immer gleich wieder. Ich stehe auf sowas total und bin echt gespannt. Aber ich glaube, es ist auf jeden Fall High Fantasy. Ja. Wie viele Teile es davon gibt, weiß ich jetzt nicht. Absurd. Wie viele Seiten, werde ich euch noch schnell sagen. 415 Seiten sind es. Genau. Dann war in diesem Bäckchen, was ich mir da noch an den Büchern rausgesucht habe, ein Sammelband von Geschichten. Und zwar von Ruggiero Leo. Große Geschichten vom kleinen Volk aus dem Bastail-Mübbel-Verlag. Und die haben mehrere Autoren zusammengelegt, sozusagen ihre Geschichten zusammengelegt. Und hier mehrere Kurzgeschichten in dieses Buch gebracht. Ich lese kurz den Klappentext. Die besten deutschen Fantasy-Autoren bündeln ihre Kräfte. Halblinge sind ein gemütliches Volk. Sie rauchen gern Pfeife, nehmen täglich etliche Mahlzeiten zu sich und sie sind immer für Überraschungen gut. Das gilt auch für die erfolgreichsten Fantasy-Autoren, die unser Land zu bieten hat. In diesem Band bündeln sie ihre Kräfte. Nicht, um einen dunklen Herrscher zu zerstören, sondern um die größten Geschichten zu präsentieren, die ein so kleines Volk wie die Halblinge zu bieten hat. Freuen Sie sich auf heitere, düstere, charmante und auch schaurige Abenteuer nach dem dritten Frühstück verfasst von Linda Bödinger, Priska Burows, Thomas Finn, Bernd Frenz, Christoph Hadebusch, Rebecca Hohlbein und Wolfgang Hohlbein, Claudia Kern, Alexander Lohmann, Michael Peinkover, Bernd Pörnips, Eileen P. Roberts, Stefan Rüssgült, Gesa Schwarz und Joy Zybel mit zahlreichen Illustrationen. Hier sind auch ein paar Illustrationen drin. Eine kann ich euch mal ganz kurz zeigen. Die habe ich hier gleich mal offen. Hier haben wir eine Illustration. Ich hoffe, ihr könnt das erkennen. Ja, ich bin schon gespannt. Alles in allen. Also hinten wird auch noch mal über die Autoren etwas erzählt. Hat dieses Buch 510 Seiten, glaube ich, sind es gewesen. Ja, 510 Seiten haben wir hier. Und ich bin schon gespannt, was hier so alles drin ist. Und man muss es ja nicht alles auf einmal lesen. Man kann sich ja immer so eine Geschichte rauspicken und die dann lesen. Ja, also Sammelbände mit Kurzgeschichten von gewissen Autoren finde ich immer ganz klasse. Und hier hat mich halt auf jeden Fall Thomas Finn angesprochen. Ich war ja total begeistert über schwarze Tränen von ihm. Genau, und zu guter Letzt war in diesem Buch noch der erste Teil einer weiteren Reihe von Dan Bells. Ich lese ja noch aktuell seine Serienkiller-Reihe. Ich muss mir jetzt mal den dritten Band echt mal vornehmen, weil die ersten beiden Bände fand ich jetzt schon richtig klasse. Und zwar ist es hier Du stirbst zuerst. Das muss der erste Band dieser neuen Reihe von ihm sein. Ich denke, die hat schon auch was mit dieser Serienkiller-Reihe eben zu tun. Von John Cleaver-Reihe, glaube ich, heißt das sogar richtig. Bin mir nicht so ganz sicher. Oder Serienkiller-Reihe. Irgendwie sowas. Der eine oder andere weiß bestimmt, um was es geht. Und ja, da haben wir dann den ersten Teil. Aus dem Peter Verlag ist das Ganze. Und hier lese ich euch das Ganze mit der Klappen, den Klappentext vor. Das neue Meisterwerk von Bestseller-Autor Dan Bells. Mein Name ist Michael und ich habe Visionen. Gesichtslose Monster verfolgen mich. Doch das ist nicht mein einziges Problem. Denn einige der Monster sind real. Ich weiß nur nicht, welche. Ja, bin gespannt. Du stirbst zuerst. Achso, die Seitenzahl. Mann, Mann, Mann. Also heute ist nicht mehr mit mir gut Kirschen essen. 447 Seiten hat das Ganze. Bühnein. Sieht zu dünn aus für 447 Seiten, finde ich irgendwie. Naja, das ist eingezogen. Dann hat mir die liebe Sallys Gellington ja noch ein Buch geschickt. Und mich hat das irgendwie total angesprochen. Jetzt nicht nur wegen einem Cover, sondern auch vom Klappentext her einfach. Und ich bin gespannt. Sie meint, es ist richtig gut. Es hat ihr gut gut gefallen. Und ich bin jetzt echt neugierig, was sich da hinter diesem ganzen Buch so verbirgt. Und zwar handelt es sich hier von Stephen James, das tote Mädchen aus dem CBT Verlag. Und auch hier lese ich euch mal den Klappentext vor. Ein abgelegenes Dorf in Wisconsin am Lake Algonquin. Hier passiert nie etwas, dass eines Tages ein totes Mädchen im See gefunden wird. Genau wie alle anderen auch, glaubte 16-jährige Daniel, dass seine Mitschülerin Emily durch einen tragischen Unfall ums Leben kam. Doch bei ihrer Beerdigung hat er eine Vision von ihr, wie sie ihn um Hilfe bittet. Daniel ist überzeugt davon, dass sie ermordet wurde. Doch keiner will ihm glauben. Es fällt Daniel immer schwerer, zwischen seinen Visionen und der Realität zu unterscheiden. Doch er muss den wahren Killer stellen, bevor dieser wieder tötet. Ja, ich mag es ein bisschen mit Mystery-Elementen und sowas. Finde ich gut. Finde ich gut, finde ich gut. Freue mich schon drauf. Und Seitenzahl hat die Seitenzahl. Das Ganze hat 379 zu lesende Seiten. Wenn ihr mal vergleicht. Das sind 379 und das sind fast 450 Seiten. Irgendwie, naja, manchmal irgendwie will mir das nicht ganz im Kopf gehen. Na, dann habe ich mir noch zwei Sachen selber gekauft. Also bestellt viel mehr. Und zum Schluss kriegt ihr noch die zwei Bücher von der Lovely Books. Klar, Leipziger Buch müsst ihr zu sehen. Und zwar habe ich mir das bestellt, weil ich ja gerade Blutbraut von Lynn Raven lese. Zusammen mit der Sandy. Wie soll es auch anders sein? Ja, da mir der Schreibstil von Lynn Raven sehr gut gefällt, habe ich mal geguckt, was die liebe Frau denn sonst noch so alles geschrieben hat. Und da ist mir dieses hier ins Auge gefallen. Werwolf von Lynn Raven aus dem Überreuter Verlag. Der Verlag sagt immer wieder auch wieder, aber gar nichts. Und ja, ich weiß nicht. Guckt euch das mal an. Wenn jemand das liest, was ich auch gerne lese und so den Fimmel hat und ein Fable hat dafür, dann spricht ein Discover schon mal sowas von ins Auge. Es schreit förmlich danach, lies mal den Klappentext und wenn er dir gefällt, kauf mich. Ja, das ist passiert und ich habe es gekauft. Atemberaubende Jagd auf ein unheimliches Geschöpf. Frankreich 1765 Eine Serie brutaler Morde versetzt die Bevölkerung einer abgelegenen Ortschaft in den Pyrenäen in Angst und Schrecken. Ist hier der Teufel selbst zugange? Der junge André wird vom Bischof beauftragt, diesem Aberglauben ein Ende zu bereiten. Er setzt sich auf die Spur der Bestie und sieht sich bald einer unfassbaren Wahrheit gegenüber, als er erkennt, welches Geschöpf verantwortlich ist für die entstellten Leichen. Ja, Dark Fantasy kann ich dir. Und das Ganze, oh Gott, das glaube ich wurde noch nie gelesen. Es ist so schwerfällig beim Aufschlagen und es knackt, knackt. So. 243 Seiten haben wir hier zu lesen, also das ist schnell zu lesen. Genau. Jetzt muss ich es nur irgendwo ein bisschen anders hinlegen, weil ich glaube, sonst knallt mir nämlich dieser Stapie um. Aber lass. Liebe Flavia bleibt stehen. Genau. Und dann habe ich ein Buch mitgenommen. Das hatte ich auch im Bookkeeper-Treffen im Text schon in der Hand. Und hatte schon überlegt gehabt, ob ich es mir mitnehme. Ich habe es nicht getan, was vielleicht gar nicht so schlecht war, denn ich habe es jetzt nochmal um 2 Euro günstiger bekommen, als es beim Text schon günstiger gestanden ist. Und irgendwie, mir hat dieses Buch eben keine Ruhe mehr lassen. Ich wollte es unbedingt haben. Und das ist erstmal vorweg erstmal ein Cover-Kauf gewesen. Das ist wie mir hat mir das Cover so gerade so richtig ins Auge gesprungen, ist es mir. Und es sieht halt mega aus. Und dann habe ich den Klappentext gelesen und es könnte was für mich sein, denke ich. Und zwar geht es hier von Blake Charlton, Nicodemus, der Zauberverschreiber. Ja, das Cover sieht doch so mal normal, normal. Sieht toll aus. Ist auch so richtig, wir haben, wenn man hier drüber langt und da ist ein kleiner Demo noch auf der Schulter. Und das finde ich einfach total toll. Nichts in Star Heaven ist so machtvoll wie die Magie der Zauberwohnen. Nur Nicodemus, dem Lehrling der Zauberstrachen, will rein gar nichts gelingen. Durch seine Legasthenie bringt ihm die magischen Sprüche ein ums andere Mal durcheinander. Ist Nicodemus aber womöglich der lang ersehnte Retter der Welt von Star Heaven? Seine Feinde haben sich schon auf den Weg gemacht. Durch einen rätselhaften Mord geraten er und sein Mentor, der blinde Zauberer Shannon, in große Gefahr. Ja, sehr viel aussagekräftig ist das Ganze nicht. Wir haben hier auch eine Karte. Oh, ich liebe Karten in Büchern, finde ich immer so toll. Kann ich nur immer wiederholen, Karten in Büchern sind einfach klasse, dass man ungefähr ein bisschen weiß, wie der Autor sich das vorgestellt hat. Finde ich einfach mega, mega, mega gut. Oh mein Gott, das ist klein geschrieben. Es hat 473 Seiten mit Epilog und es ist wirklich nicht gerade groß, muss ich sagen. Ich bin gespannt, was mich da so erwarten wird in einem guten Stück. Ja, dann kommen wir schon zu zwei total tollen Schmuckstücken, die ich dort auf der Leipziger Buchmesse entdeckt habe. Und ich konnte an diesen Büchern einfach nicht vorbeigehen. Diese Bücher, die fallen einem so ins Auge allgemein. Also die Bücher sind vom Stern und Sand Verlag. Und wenn ihr an diesen Büchern vorbeigeht und ihr so Leute seid, die gerne tolle, schöne Cover haben, dieses Buch ist einfach, also diese Bücher, die da stehen, diese Cover, die sind, es ist wie eine Frau, die in einem Diamantenladen steht und alles glitzert und funkelt um einen herum. So gucken dich diese Bücher eben an. Oder allgemein, wie wenn eine Person in einem Laden steht, wo das Heiligste vom Heiligen rumsteht, was einem total gefällt und was einer liebt. So gucken dich die Bücher an einfach. Sie blinken, sie glitzern, sie leuchten. Sie sind einfach mega schön. Und da ist ein Buch eingezogen. Der ein oder andere, der bei Instagram mich verfolgt, hat es mit Sicherheit jetzt schon entdeckt gehabt bei mir. Und zwar von Nadine Roth. Bloody Mary, du darfst dich nicht verlieben. Das sieht echt wirklich mega aus. Also diese Cover allein sind halt schon richtig, richtig schön. Ihr könnt ja das sehen. Richtig toll. Gefällt mir richtig gut. Und da war auch eine richtig coole Anleitung dabei. Die waren echt mega. Über Bloody Mary. Und dass sie halt nichts, wie sagt man, sie ist für nichts verantwortlich. Was passiert? Sie entsagt sich jeder Schuld sozusagen. Ja. Es steht halt auch drauf, man sollte vielleicht nicht unbedingt in den Spiegel schreien, Bloody Mary. Und man sollte den Spiegel verhängen und so weiter. Und das finde ich schon ganz witzig. Das ist ganz cool gemacht worden. Ja, aber hier lese ich euch auch mal den Klappentext vor. So. Mein Name ist Mary. Bloody Mary. Sie rufen mich. Und ich töte sie. Doch dieses Mal nicht. Er hat mich gerufen. Und das hat alles verändert. Im Jahre 1990 wird die 16-jährige Mary Jane Wyler von einem Serienmörder auf grausame Art und Weise umgebracht. Und findet sich in der Totenwelt wieder. Gefangen hinter Spiegeln wartet sie darauf, dass jemand nach ihr ruft, um Rache an den Lebenden zu nehmen. Der 17-jährige Avian glaubt nicht an diesen Mythos. Um seinem besten Freund zu beweisen, dass alles reine Fiktion ist, ruft er den Rachegeist. Und sieht sich plötzlich Bloody Mary gegenüber. Aber ist sie tatsächlich so blutrünstig, wie die Legenden behaupten? Oder steckt hinter der furchtentflößenden Gestalt nur ein einsames Mädchen, das sich nach Mitgefühl und Wärme sehnt? Avian versucht, zu Mary Jane Wyler durchzudringen. Doch er spielt dabei mit seinem Leben. In der Welt der Toten gibt es drei Regeln. Zeige keine Gnade. Zeige keine Schwäche. Zeige keine Gefühle. Ich habe jede einzelne gebrochen. Ich habe gerade voll Gänsehaut. Ich bin so neugierig auf dieses Buch. Ich hoffe, ich komme dazu, dass ich es bald lesen kann. Ich bin ja normalerweise nicht so. Aber dieses Buch hat es mir einfach total angetan. Und was mich noch total gefreut hat, die Autorin war so lieb. Die waren gerade alle selber, die Autoren waren vom Sternsaland, alle an dem Stand gestanden. Und sie hat mir das Ganze signiert gleich mal. Und ich habe auch ein Foto machen dürfen. Auch mit der anderen Autorin. Es war so ein Dreierfoto von dem Buch, was ich jetzt hier noch liegen habe. Das werdet ihr dann auch gleich sehen. Ich wünsche mir bleiben. Das sieht toll aus. Und das andere Buch ist auch aus dem Sternsand Verlag. Und das sieht genauso mega schön aus. Und zwar ist das hier Elestra Feuer und Eis Teil 1 von Fanny Bechert. Dieses schöne Stück hier. Guckt euch das an. Das ist genauso wunderschön. Sind die nicht toll, die Bücher. Die können sie auffressen. Das ist wie so Goodies. Goodies. Bonbons. Ganz wunderschöne Bonbons. Ja. Das musste auch mit. Das habe ich auch mitgenommen. Und wie das andere auch schon. Es wurde signiert. Von der lieben Fanny. Und danke nochmal. Ich finde es schon toll, dass ihr das gleich immer so signiert habt. Und auch für das Foto. Und hier ist auch eine Karte vorhanden. Ich liebe Karten. Genau. Eine verbannte Jägerin auf der Suche nach ihrem Gefährten. Ein Krieger aus dem Reihen der königlichen Garde. Eine Macht, die beide untrennbar miteinander verbindet. Als die Elbe Lysanna herausfindet, dass ihr Gefährte von dem gefürchtetsten flammenden Lord gefangen gehalten wird, verspürt sie nur einen Wunsch. ihn zu befreien. Dabei zählt sie auf die Hilfe ihres Clans, Angelus Mortis. Mitten in den Vorbereitungen auf den bevorstehenden Kampf taucht jedoch der Elfenkrieger Aertas in ihrem Dorf auf, mit dem sich Lysanna auf unerklärliche Weise verbunden fühlt. Liegt es daran, dass sie beide geheimnisvolle Kräfte in sich tragen, die sie gemeinsam lernen müssen zu beherrschen? Denn ihre vereinte Macht könnte die einzige Möglichkeit sein, den flammenden Lord endgültig zu vernichten. Doch selbst, wenn ihnen das gelingen sollte, steht die wachsende Zuneigung, die zwischen Aertas und Lysanna entsteht, unter einem ungünstigen Stern. Ja, hat sich auch richtig nach einer tollen High-Fantasy-Story an. Und ich bin schon gespannt, was das Ganze so sein wird. und das Buch hat insgesamt 460 Seiten, haben wir hier zu lesen. Und die Bloody Mary habe ich euch gar nicht erzählt, wie viele Seiten die hat. Das sind hier auch noch mal 560 Seiten. Ja, auf die zwei Bücher bin ich besonders gespannt. Und das sind so richtige Hingucker, diese zwei tollen Bücher. und ich liebe sie jetzt schon, also allein vom Aussehen. Wow. Und ich muss ehrlich sagen, diese zwei Bücher, auch wenn mir die von der Story her nicht gefallen sollten, was ich allerdings nicht denke und auch nicht hoffe, bleiben die trotzdem bei mir, weil allein diese Aussehen, das ist halt einfach richtig schickig. Ja, dann bin ich halt dann doch wieder wie alle anderen Mädchen. Aber nicht nur Mädchen, auch Jungs finden manche Cover richtig toll. Genau. So, meine Lieben. Ja, endlich Ende im Gelände für den März. Ich bin gespannt, was im April alles so auf mich zukommen wird. Wir werden sehen. Aber ich glaube, das soll das langsam echt mal lang gehen mit den ganzen Büchern. Seit ich Buchtube mache, steigt man so unaufhörlich. Das ist echt furchtbar. Ich habe bald jetzt im April meinen einjährigen Kanalgeburtstag. Und als ich vor einem Jahr angefangen habe mit Buchtube, hatte ich einen Sub von 25 Büchern. Jetzt sind das über 100. Juhu. Ja. Soviel dazu und das Ende dieses Videos. Ich wünsche euch, ihr Lieben... Ach so, kennt einer von euch diese Bücher? Die übliche Frage, wie immer. Lasst uns drüber schreiben. Ich freue mich. Nein, ich freue mich wirklich, wenn man mit mir schreibt. Und solange es meine Zeit zulässt, schreibe ich auch unwahrscheinlich gerne zurück und unterhalte mich auch gerne mit euch. Aber das ist halt mir leider zur Zeit echt nicht immer möglich, weil ich echt viel um die Ohren meistens habe. Aber naja, ich bin noch da und wenn ich kann, schreibe ich auch gerne zurück. Aber ein Herzen bekommt ihr immer von mir. Also ich möchte schon, dass ihr seht, dass ich die Kommentare auf jeden Fall wahrgenommen habe. Ja, da war die Kamera zu Ende. Ja, meine Kamera nimmt nur 15 Minuten auf und dann schaltet sie sich ab. Genau, und das ist auch wieder gerade passiert. Ähm, ich habe den Faden gerade verloren. Egal. Ich habe euch alle lieb. So. Bevor ich jetzt noch weiter irgendwelchen Schwachsinn rede, sage ich euch auf jeden Fall einen schönen Tag, einen schönen Abend, ein schönes Wochenende, wann immer ihr das auch sehen möchtet. Und bis bald, ihr Lieben. Liebe Lesegrüße. Tschüss.